Das wollte ich als Kind werden. Ich wollte als Kind Förster werden, weil ich immer gerne in der Natur bin, die ich als Gottesschöpfung erlebe. Der beste Rat meiner Mutter. Bub, du musst ins Gymnasium gehen. Ich habe unterschätzte Talente als? Ja, ich kann auch etwas Musik machen und ich eigne mich besonders als jemand, der andere mit auf die Reise nimmt und sie ein wenig führt. Meine heimliche Schwäche. Ist, dass ich sehr ungeduldig bin. Mein Vorbild als Medienmacher? Mein Vorbild ist die Gestalt Johannes des 23., weil er die katholische Kirche in die Zukunft geführt hat. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Ich bin Bischof der katholischen Kirche und ich liebe meine Kirche und ich möchte werben dafür, denn die Kirche ist für die Menschen da und sie wird dort, wo sie wirklich bei ihrer Arbeit ist, auch den Menschen Freude schenken. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Ja, der hat uns ja nur beherrscht und bevorruntet.